Ein Renault Scenic Vorführwagen ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem weißen fünftürigen Windplatz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 5000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2017. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Sitze, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Sechsgangsschaltgetriebe überträgt eine Leistung von 132 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 6,10000000000005 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.